Herzlich willkommen zur LPM Calliope Minikarte 5. Startampel. In diesem Video-Tutorial wollen wir den Mini so programmieren, dass er ähnlich wie eine Ampel bei einem Autorennen funktioniert. Starten Sie zunächst den Editor und beginnen Sie ein neues Projekt. Als erstes benötigen wir ein Ereignis. Unsere Startampel soll auf gleichzeitigen Druck der Knöpfe A und B starten. Ziehen Sie also den Programmblock, wenn Knopf A gedrückt, in die Arbeitsfläche und passen Sie ihn entsprechend an. Nun soll sich die Ampel nach und nach von rechts nach links mit roten Lampen füllen. Hängen Sie dazu fünfmal den Block Zeige-LEDs hintereinander und skizzieren Sie die Ampelsituationen entsprechend. Das Startsignal entspricht dem Erlöschen der Ampel. Ziehen Sie also den Programmblock Bildschirminhalt löschen ans Ende des Programmes. Testen Sie Ihre Ampel nun. Das funktioniert schon ganz gut, allerdings läuft die Ampel etwas schnell. Wir können die Geschwindigkeit beeinflussen, indem wir zwischen den LED-Blöcken Pausen einfügen. Klicken Sie dazu auf den Bereichsblock Grundlage und ziehen Sie jeweils einen Programmblock Pausiere MS100 hinter jedem Block Zeige-LEDs. Die Pause wird in Millisekunden angegeben, deshalb auch der Hinweis MS in Klammern. Passen Sie die Zahlen nun so an, dass nach jeder Ampelfase eine Pause von einer Sekunde erfolgt. Das sieht doch schon sehr gut aus. Lassen Sie uns zum Abschluss die Ampel noch mit Tönen abrunden. Im Bereichsblock Musik finden Sie den Programmblock Spielenote Mittel C für einen Takt. Bringen Sie einen solchen Block jeweils nach einem Zeige-LEDs und vor einem Pausiere MS1000 Block an, sowie ganz zum Schluss Ihres Programmes nach Bildschirminhalt löschen. Ändern Sie nun beim allerletzten Block den Ton von Mittel C auf High C. Wer sich auf einer Klaviatur orientieren kann, ist hier etwas im Vorteil. Fertig! Sie haben gerade eine Startampel oder einen Countdown programmiert, den Sie beispielsweise für eine Modellauto-Rennbahn oder andere Spiele sowie Wettläufe nutzen können. Neu in diesem Tutorial waren die Pausen sowie die Verwendung von Tönen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit weiteren Projekten. Bleiben Sie kreativ!